Viele renommierte Journals und auch Verlage fordern von ihren AutorInnen inzwischen, dass sie angeben, welche KI-Tools sie auf ihrem Weg vom leeren Blatt bis zum finalen Text genutzt haben. Im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis, die quasi das Berufsethos von WissenschaftlerInnen ist, ist es wichtig, dass AutorInnen transparent dokumentieren, wie sie zu den Ergebnissen ihrer Forschung und zu ihren Texten gekommen sind. Und dazu gehört inzwischen eben auch der Einsatz von KI-Tools. Ein Rechtsgutachten der Ruhr-Uni Bochum von März 2023 zum KI-gestützten Schreiben in der Hochschulbildung differenziert hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht zwischen verschiedenen Fällen. Wenn Texte wortwörtlich übernommen wurden, sollten die Stellen ähnlich wie klassische Zitate behandelt werden, also die Angabe in Anführungszeichen und mit Quellennachweis. Wenn das KI-Programm aber als Inspirationsquelle oder Gedankenanstoß verwendet wurde, dann zählst du den Hilfsmitteln, die am Anfang oder am Ende einer Arbeit ausgewiesen werden müssen. Zentral muss aber immer die Frage sein, ob für Dritte erkennbar ist, welche Textteile in welchem Ausmaß von einer KI generiert wurden, aber auch ob und wenn ja welche KI-Tools generell eingesetzt wurden. Wichtig ist, dass auch die Lizenz- oder Nutzungsbedingungen der genutzten Tools bedacht werden. Wenn dort vorgeschrieben wird, dass bei Reproduktion auf die Tools verwiesen werden muss, dann muss das natürlich an Ort und Stelle geschehen, um den Bedingungen der Tools nachzukommen. Für studentische Arbeiten gilt am Ende immer, dass man sich nach den Prüfungsordnungen der eigenen Hochschule und natürlich auch nach den Vorgaben der jeweiligen Betreuenden richten muss.